Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Einführung in React und zum heutigen Thema Composition oder zu Deutsch Komposition oder Komponieren. Was ist damit gemeint? Damit ist eigentlich so eine Architekturpattern gemeint, dass in React häufig verwendet werden sollte, beziehungsweise dass uns React sehr leicht macht zu verwenden, das aber in der Praxis manchmal übersehen wird, manchmal vergessen wird, das aber eigentlich die gesamte Macht von React ausmacht, ja sehr leichte und leichtgängige Komponenten und Komponentenwiederverwendbarkeit stark zu erhöhen. Wenn wir uns ja zurückerinnern, was macht React aus? Naja, diese atomaren Komponenten, also kleine wiederverwendbare Komponenten, die wir eben statt einem großen Monolithen so kleine atomare Dinge haben, die wir zu größeren Applikationen zusammenstückeln, zusammen komponieren. Im produktiven Einsatz passiert es aber leider häufig und das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen oder passiert, wenn ihr mit React im produktiven Einsatz gearbeitet habt, dass man Komponenten teilweise sehr tief ineinander verschachtelt und so auch teilweise sehr viel voneinander abhängig macht. Also bestes Beispiel ist, dass man irgendwie eine Property hat, die braucht man auf der ersten Ebene oder die wird auf der ersten Ebene von einer Komponente, wird die verwaltet und dann muss man sie fünf Ebenen tief erreichen, also von der Parent jeweils zur Child Komponente fünf Ebenen tief reichen, um sie dann erst dort an der letzten Stelle zu verwenden. Und das ist so ein bisschen ein Codesmell, also das kann man manchmal oder oftmals über sogenannte Kompositionspattern ein bisschen schöner lösen. Und ja, dementsprechend auch so lösen, dass nicht nur die Komponenten tief unten verschachtelt wiederverwendbar werden, sondern dass auch die Komponenten auf höheren Ebenen wiederverwendbar werden und dementsprechend wir einfach eine sauberere Code-Struktur haben, vielleicht auch ein bisschen weniger Code haben, ein bisschen weniger Code-Duplication. Und ja, all das ist Composition und im Wesentlichen möchte ich euch dazu heute zwei Patterns vorstellen, mit denen ihr vielleicht Composition in eurer Applikation einbauen könnt oder sie erhöhen könnt, sagen wir es mal so. Eins davon werde ich euch nur theoretisch zeigen, weil es ein bisschen schwierig ist, das jetzt nachzuprogrammieren, weil es keinen so richtigen Use Case in unserem Einkaufslistenrechner gibt. Und das zweite werden wir dann auch noch live programmieren. Und das erste Pattern, mit dem fangen wir vielleicht an, das basiert eigentlich stark auf Rapper-Components. Rapper-Components, wir erinnern uns, hatten wir auch schon mal in einer Folge, sind Komponenten, die mit den Children arbeiten und um Children herum irgendwas anderes, Neues hinzufügen. Und ein Beispiel dafür, wo das sinnvoll sein kann, ist, wenn wir uns an die letzte Folge mit dem Raked Router zurückerinnern, ist die Headline über den jeweiligen Seiten. Denn in der letzten Folge habe ich die tatsächlich nicht mehr mit eingebaut. Vielleicht ist euch das beim Nachprogrammieren der Folge auch aufgefallen und ihr habt das irgendwie anders gelöst, weil die Headlines teilweise auch für die Tests wichtig waren, um rauszufinden, auf welcher Seite befinde ich mich denn gerade. Das heißt, wir hatten eben diese Headline-Einkaufsliste, respektive Rezepte, respektive neues Rezept als H1-Überschrift in unseren Tabs, jedes Mal über der jeweiligen Seite. Und um die jetzt wieder einzufügen, hätte man natürlich mehrere Möglichkeiten gehabt. Ihr seht hier schon, wie ich es gelöst habe, da komme ich gleich drauf. Aber man hätte natürlich statt hier so einer Wrapper-Component auch einfach das H1 hier direkt im Element definieren können, dann entsprechend hier mit einem Fragment außenrum. Also das würde dann letztendlich so aussehen, dass man dann hier letztendlich sagt Einkaufsliste. Ist nicht ganz so schön, weil ich mich dann mehrfach wiederholen muss. Das heißt, ich muss das einmal hier machen, ich muss das dann hier in der nächsten Seite machen, ich muss das dann hier in der nächsten Seite machen. Also sprich, da habe ich so ein bisschen Code-Duplication, obwohl ja eigentlich alle drei H1 denselben Zweck verfolgen, nämlich halt über einer Seite eine Headline anzuzeigen. Weiterhin hätte das den Nachteil, wenn ich vielleicht auf die Idee komme, andere Dinge um jede Seite haben zu wollen. Beispielsweise, wenn wir ein Footer einbauen wollen, der um jede Seite gerendert werden muss, dann müssten wir den Footer entsprechend einmal hier einbauen, wir müssten den Footer dann hier einbauen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das vielleicht nicht ganz so eine coole Lösung. Eine andere Lösung wäre natürlich gewesen, die H1 direkt in den jeweiligen Komponenten einzubauen. Also hier in die Ingredient-List selber reinzugehen und halt hier, statt einem UL noch eine H1 zu machen, hier die Einkaufsliste hinzuzuschreiben. Das Ganze müsste dann auch in einem Fragment gerappt werden und dann könnte man das so machen. Er hat aber wiederum den Nachteil, dass wir die Wiederverwendbarkeit unserer Shopping-List massivst einschränken, denn wenn wir uns erinnern, hier die Ingredient-List verwenden wir ja sogar schon an zwei Stellen, nämlich einmal in der Einkaufsliste und einmal aber auch in der Rezeptliste, also in der Rezeptliste. Dementsprechend müssten wir hier wiederum den Titel dynamisieren. Ja, kann man machen, also sprich über Props dann rein injizieren, aber wir merken schon, so richtig gut ist das auch nicht. Was ist, wenn ich einmal hier diese Ingredient-List ohne Überschrift irgendwo einsetzen will? Da brauche ich wieder Bullshit-Logik und so weiter. Also ihr merkt schon, die Wiederverwendbarkeit leidet unter diesem Pattern. Das heißt, die Lösung, auf die ich jetzt gekommen bin, ist mit einer Wrapper-Komponente, die ich da Page nenne. Denn das ist ja letztendlich, wenn ich hier mal alles rückgängig mache, das, um was es sich hier handelt. Wir haben in unserer Route verschiedene Seiten, also das Element ist ja jeweils eine Seite und das nenne ich Page. Und jede Page soll letztendlich eine Überschrift haben. Und genau deswegen habe ich hier so eine sogenannte Wrapper-Komponente verwendet, die letztendlich nicht viel tut, außer eben genau dieses H1 über die Seite drüber zu packen und letztendlich halt mit einem Title, den ich hier übergebe, das hier rein zu rendern. Hat jetzt den großen Vorteil, diese Page kann ich wiederverwenden an ganz, an allen Seiten, wo ich diese Page genau in dieser Form haben will, kann ich das wiederverwenden, ohne dass ich meine Shopping-List, meine eigentlichen Komponenten, meine Ingredient-List, meine Recipe-List oder das Recipe-Form in irgendeiner Art und Weise habe anpacken müssen. Und habe trotzdem die Lösung letztendlich geschaffen. Weiterer Vorteil ist, dass wenn sich jetzt für alle Seiten etwas ändern soll, also beispielsweise nochmal das Beispiel vom Futter, brauche ich das jetzt nur noch an einer einzigen Stelle zu tun. Muss nur noch hier den Futter einbauen und dann gilt der Futter sofort für alle weiteren Seiten. Ist ein bisschen konstruiertes Beispiel, gebe ich zu, aber es macht eigentlich schon auch an dieser Stelle so ein bisschen Sinn und zeigt eben ein Kompositionspattern. Das heißt, ich nutze Children, um Komponenten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die aber trotzdem ineinander verschachtelt werden müssen, wie wir das halt eben hier haben, nutze ich eben diese Wrapper-Komponenten, ja, um die Duplizierung zu betreiben, also um Code-Duplication aufzulösen und um nicht hier über, nicht Props tief reinreichen zu müssen, also beispielsweise den Title muss ich jetzt nicht erst in die Recipe-List geben und dann die Recipe-List hat dann vielleicht nochmal eine Headline-Komponente, an die sie dann den Feitel weitergibt, sondern die Props sind genau an der Stelle, wo sie benötigt werden. Ein wenig ein komplexeres Beispiel in diese Richtung möchte ich euch auch mal noch ganz kurz zeigen. Das finden wir in der Material-UI-Library. Vielleicht habt ihr schon mal von der gehört, das ist eine Komponenten-Library, ich glaube von Google entwickelt, die uns unterschiedlichste Komponenten fertig zur Verfügung stellt, also hier ganz viele Snackbars und Avatars und Badges und Chips und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ja mal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall gibt es hier so eine Akkordeon-Komponente. Also ein Akkordeon ist einfach so ein ausklappbares Content-Feld, wo man halt Details ein- und ausblenden kann. Und Material-UI setzt sehr stark auf diese Wrapper-Komponents als Component-Composition, denn wenn wir uns hier den Code mal dazu anschauen, dann sehen wir, oder ja, sehen wir jetzt, dass es eine Akkordeon-Komponente gibt und statt aber, dass wir alles, was die Akkordeon-Komponente ausmacht, nämlich hier die zwei Akkordeons beziehungsweise die Titel und den Content als Props übergeben, definiert man die Inhalte hier über weitere Children-Komponenten. Man hat also ein Akkordeon-Summary, vielleicht auch mehrere Akkordeon-Summaries. Man hat Akkordeon-Details. Das heißt, statt hier Props weiterzureichen von einer Akkordeon-Komponente, die dann als Children immer eine Summary und ein Detail braucht und dann die Props wiederum weiterreicht, hat man hier auf der obersten Ebene eine Definition des gesamten Akkordeons, das aber halt eben auf Wrapper-Komponenten basiert. Und das ist so ein bisschen, das ist die Idee dahinter. Also, dass man auf der obersten Ebene, dass man eben nicht Komponente in Komponente schachtelt, sondern dass man diese Verschachtelung auf oberster Ebene eben über die Children-Komponente definiert. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Das ist eines der mächtigsten Patterns, das gerade bei Styling-Komponenten, also so wie hier dem Akkordeon, sehr häufig zum Einsatz kommt oder zum Einsatz kommen sollte, weil es euch ganz viel Verschachtelung ersparen kann und dementsprechend auch ganz viel Code-Komplexität rausnimmt. Das ist eine Art und Weise, wie wir solche Verschachtelungen auflösen können, respektive wie wir Komponenten miteinander komponieren können. Eine weitere Variante möchte ich euch jetzt noch zeigen. Auch die sehen wir schon so ein bisschen oder die Idee dahinter sehen wir hier schon so ein bisschen im React Router. Nämlich, wir können ja Komponenten nicht nur als Children-Komponenten ineinander verschachteln, sondern, das sehen wir hier, wir können ja Komponenten auch einfach per Props weiterreichen. Also statt, dass wir hier irgendwelche Title und einfach nur primitive Werte als Props weiterreichen, können wir auch gesamte Komponenten als Props weiterreichen und dann die jeweilige Komponente, die Parent-Komponente, sich darum kümmern lassen, wo und wie diese Komponenten dargestellt werden. Und um das einmal zu verdeutlichen, ich starte gerade einmal kurz den Server hier. Wir haben ja auch so eine Art Akkordeon, sage ich mal, oder eher so eine Art Toggle-Component in unserem Einkaufslistenrechner. Wenn wir hier mal auf den Logalhost 8080 gehen, dann ist es hier unter Rezepte, wenn wir hier auf Bearbeiten gehen, dann toggeln wir hier letztendlich auch ein Formular und wenn wir das Ganze dann wieder speichern, dann ist das Ganze wieder zu und wird wieder hier zu dieser Liste. Diese Funktionalität des Toggles ist aktuell fix hier in die Recipe-List integriert. Könnte ja aber durchaus spannend sein, das an anderen Stellen wiederzuverwenden. Respektive, was wir hier auch machen müssen, ist per Props eben den State in der Recipe-Liste selber zu definieren, selber zu verwalten und das ist eigentlich schon so ein bisschen, wenn wir uns so ein Code anschauen, ja es ist schon so ein bisschen das Single-Responsibility-Pattern verletzt, also dass eine Funktion oder eine Komponente sich immer nur um eine einzige Sache kümmern sollte. Nämlich das hier in dem Recipe-Item, haben wir das ja definiert, hat hier diesen State für das Show-Edit-Form, muss sich um das On-Toggle kümmern, muss sich aber zeitgleich darum kümmern, auszuwählen, welche Komponente hier verwendet wird und so weiter und so fort. Und das können wir abstrahieren und dazu dann eben nutzen, dass wir Komponenten per Props übergeben sollen und das programmieren wir jetzt einfach mal runter. Und zwar legen wir uns in den Components dazu eine neue Komponente an, die wir da nennen Component-Toggle. Denn letztendlich ist es eine Komponente, die es uns erlaubt, über einen Toggle entweder die eine oder die andere Komponente darzustellen. Also, um jetzt nochmal hier beim Beispiel zu bleiben, Recipe-Item, ein Toggle, der es uns erlaubt, entweder das Recipe-Form oder die Ingredients-List darzustellen. Und das ist letztendlich erstmal eine Komponente, die wir da Component-Toggle nennen. Und der Component-Toggle braucht jetzt im Prinzip drei Props. Nämlich einmal eine Trigger-Component. Das ist die Komponente, die, wenn man draufdrückt, dafür sorgt, ich mache erstmal Any, komme gleich in die Details, die dafür sorgt, dass eben das State verändert wird und entsprechend die eine oder die andere Komponente dargestellt wird. Dann gibt es das Closed-Element. Das ist die Komponente, die eben, wenn das ganze Ding geschlossen ist, dargestellt werden soll. Das ist jetzt erstmal ein React-Element und es gibt das Opened-Element. Das ist eben das Element, das Element, das dargestellt werden soll, wenn die ganze Nummer offen ist. Und der Einfachheit halber, ich spare mir nochmal kurz die Trigger-Komponente. Ich nehme die nochmal raus und komme da später nochmal dazu. Wir werden die jetzt erstmal fix definieren. Das Ganze ist jetzt also eine Komponente, wenn wir da jetzt die Braces hinzufügen, die letztendlich all diese Logik, die wir da im Recipe-Item schon haben, mehr oder weniger nachbaut. Das Handle-Safe brauchen wir nicht, aber wir brauchen einmal hier den Show-Part, also den State-Part der ganzen Nummer. Können wir dann uns entsprechen, Use-State importieren. Vielleicht heißt es nicht mehr Show-Edit-Form, sondern sowas wie Ist-Toggle-Open und Set-Is-Toggle-Open, weil wir jetzt so ein bisschen, hoppla, Set-Is-Toggle-Open generalisierter rangehen. Wir haben ja jetzt nicht mehr eine Edit-Form, sondern wir wollen ja eben das Edit-Form als, nicht das Edit-Form, sondern die, wie heißt es, die Ingredient-List als geschlossenes Element und das Recipe-Form als offenes Element übergeben. Und dementsprechend können wir das aber dann auch wieder verwenden, sehen wir dann am Schluss. Dann gibt es eben hier, ja, nennen wir das mal Handle-Toggle-Stat und Toggle-Edit, das dann entsprechend hier den State setzt. Und hier fällt mir gerade auf, es ist ja ein Toggle, das heißt, das sollte nicht immer True sein, sondern es sollte den Current-State invertieren. Das heißt, letztendlich machen wir hier sowas wie einfach, dass wir den Current-State hernehmen und diesen dann einmal invertieren. Das heißt, wenn er False ist, wird er auf True gesetzt und wenn er True ist, dann wird er auf False gesetzt. So, dann brauchen wir entsprechend eben einen kleinen Trigger, der, wenn gedrückt wird, eben genau diese Logik ausführt. Dazu kopieren wir uns jetzt als allererstes mal einfach hier dieses A-Element, das wir bisher als Trigger verwendet haben. Wie gesagt, wie wir das nachher einbauen, machen wir dann danach. Wir brauchen auf jeden Fall mal noch ein Fragment. Ja, super, jetzt habe ich mein Copy verloren. Hier nochmal das Ganze kopieren und an der Stelle entsprechend einführen. Das heißt jetzt nicht mehr on Toggle-Edit, sondern das heißt, apala, Handle Toggle und nur für diesen einen Moment sparen wir uns hier mal das Rezept, denn das ist genau das Problem und nennen das Ganze einfach mal erstmal nur bearbeiten oder aufklappen oder wie auch immer. Das können wir uns nachher noch überlegen. Und jetzt müssen wir ja basierend auf dem IstToggleOpenState entscheiden, ob wir eben die eine oder die andere Komponente rendern wollen. Dementsprechend machen wir uns hier ein ElementToRender-Funktion und die ist abhängig davon, ob das ToggleOpen ist. Wenn es offen ist, dann wollen wir entsprechend aus den Props, die wir uns hier noch destrukturen müssen, haben wir ja das OpenedElement und das ClosedElement. Ich habe da oben noch einen Schreibfehler, wie auch immer der zustande kam. Genau, das OpenedElement und das ClosedElement. Und wenn das ganze Ding offen ist, dann wollen wir das OpenedElement anzeigen und ansonsten entsprechend das ClosedElement. Und das machen wir hier als zweites als ElementToRender. Damit das funktioniert, muss das Ganze noch in ein Fragment gewrappt werden. Jetzt aber ElementToRender. So, und wenn jetzt nichts falsch läuft, können wir unsere ComponentToggle einmal einsetzen. Dazu gehen wir eben in das RecipeItem. Und statt hier unserem Subcomponent und dem ganzen Kram nutzen wir jetzt hier unseren ComponentToggle und übergeben dem entsprechend als ClosedElement einmal unser IngredientList. Das ist das ClosedElement. Die IngredientList beziehungsweise das gerenderte, die gerenderte Form davon natürlich. Wenn ich es jetzt noch hinkriege. Jawohl. Also einmal das. Und dann können wir uns das noch löschen und als OpenedElement entsprechend hier unser RecipeForm. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch schön formatieren. Wir brauchen dann hier den Subcomponent nicht mehr. Wir brauchen den onToggleEdit nicht mehr. Und wir brauchen unseren ShowEditForm auch nicht mehr. Hoppala. So, jetzt hat er hier noch irgendwo ein Fehlerchen. Ja, der Doppelpunkt, den wollen wir auch nicht. So, und jetzt beginnt das Ganze schon sehr auszusehen, wie tatsächlich das die ReactRouterKomponenten. Wenn wir uns das nochmal ganz kurz in der ShoppingList anschauen, dann haben wir hier auch ein Element, an das wir einfach Komponenten übergeben. Und genau so machen wir das jetzt im RecipeItem auch, dass wir im Prinzip diese zwei Komponenten ClosedElement und OpenedElement an eine ComponentToggle übergeben. Und die gesamte Logik, wann das auf ist, wann das zu ist und so weiter und so fort, überlassen wir komplett dem ComponentToggle. Und wenn alles gut geht, ja, ich weiß hier gerade den Fehler. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. Da muss ich gerade nochmal diese Fallback-Sache, das habe ich in der Musterlösung noch nicht gefixt, DevServer History API Fallback auf True setzen, damit das mit den Routen richtig tut. Und jetzt sehen wir, wunderbar, unser Toggle funktioniert nach wie vor. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, wieder drauf drücke, dann öffnet und schließt sich die ganze Nummer genauso, wie wir das vorher hatten. Perfekt. Damit könnte man im Prinzip sagen, wir sind fertig, aber sind wir noch nicht ganz. Wir möchten das Ganze noch ein bisschen spezifizieren, denn das Problem, das wir ja gerade eben schon gesehen haben, ist, dass wir vielleicht auch unsere Trigger-Komponente irgendwie spezifizieren wollen. Das Problem ist nun, wenn wir das mit der Trigger-Komponent auch nur über ein React-Element machen. Ich kann es ja mal ganz kurz so anfangen. Wenn wir das jetzt über ein Trigger-Element machen und hier unser Trigger-Element letztendlich einfach auch nur so rendern würden, gehen wir hier mal her, müssen das noch entsprechend inchecken, Also wenn wir das Ganze so bauen würden, dass wir das Trigger-Element auch von außen einfach als React-Element reingeben, dann haben wir das große Problem, wir können ja jetzt hier keinen Event-Listener mehr drauf registrieren. Das heißt, wie, wann sollen wir Handle-Toggle aufrufen? Geht ja nicht. Wir können keinen On-Click-Händler definieren. Das heißt, irgendwie müssen wir die, müssen wir so eine Art Inversion of Control machen. Das heißt, wir müssen irgendwie die Kontrolle über den Klick zwar hier drin lassen, aber es irgendwie der äußeren Komponente ermöglichen, den Klick auf der Komponente zu registrieren. Und auch dafür gibt es einen kleinen Trick, den ich ganz gerne anwende. Und zwar nutzen wir hier als Trigger-Element kein React-Element, sondern wir lassen uns hier als Trigger-Element tatsächlich eine gesamte Komponente übergeben. Das ist in der React ein sogenannter Component-Type, beziehungsweise wir schreiben vielleicht einen eigenen Typen für, also ein Type. Eine Trigger-Component ist ein sogenannter Component-Type. Component-Type kann alles sein. Das kann eine Function-Component sein, eine klassenbasierte Komponente und so weiter und so fort. Das ist letztendlich der übergeordnete Typ für alles, was eine React-Komponente ist. Und der Component-Type erwartet ähnlich wie die Function-Component hier als Generic noch Props. Das heißt, wir müssen auch die Props definieren und das nennen wir Trigger-Component-Props. Und in diese Trigger-Component-Props schreiben wir nun einen On-Click-Händler oder die Definition eines On-Click-Händlers, was letztendlich nichts anderes ist als eine Funktion, die Beut zurückgibt. Und das sind die Props. Ihr werdet gleich sehen, worauf das hinausläuft. Hier ist noch ein Ist gleich zu viel. So, jetzt stimmt das Ganze. Und jetzt können wir als Trigger-Element oder statt einem Trigger-Element eine sogenannte Trigger-Component uns übergeben lassen. Hoppala. Das heißt, statt einem gerenderten GSX-Element übergeben wir gleich eine Komponente, die Props entfängt, die die Props von uns von außen bekommt. Und statt eben hier ein Element zu rendern, können wir jetzt diese Trigger-Component entsprechend rendern und hier die Props, die wir reingeben, selber bestimmen, denn das ist hier unser On-Click, wo wir dann das Handle Toggle aufrufen. Wenn ich es denn langsam mal hinbekomme. So, wunderbar. Und jetzt müssen wir die Trigger-Component entsprechend noch im Recipe-Item setzen. Das heißt, wir müssen hier die Trigger-Component definieren. Und wie gesagt, das ist jetzt kein GSX-Element mehr, sondern wir müssen jetzt hier eine Komponente definieren. Und eine Komponente, wie wir wissen, ist nicht anderes als eine Funktion, die Props empfängt und ein React-Element zurückliefert. Von dem her können wir hier auch einfach direkt inline, letztendlich eine React-Komponente definieren, die genau das tut. Und das Schöne ist, dass wir jetzt hier in diesen Props, und das sehen wir auch, wenn wir drüber hovern, bekommen wir genau diese Trigger-Component-Props, das heißt letztendlich die Properties, die auch den Click-Endler haben. Und wenn wir diese Properties jetzt anwenden auf das Element oder das React-Element, das wir hier zurückliefern, dann haben wir das geschafft, von dem ich gerade gesprochen habe, dass zwar die eigentliche Logik innerhalb des Component-Toggles abläuft, wir es aber von außerhalb steuern können. Und wie sieht das aus? Eigentlich brauchen wir hier runde Klammern. Wir können hier wieder unser A definieren, also unseren Link, den wir vorher hatten, können das Ganze ja auch wieder bearbeiten nennen und können jetzt hier über ... Props einfach alle Props, die wir von außen übergeben bekommen, auf die A-Komponente anwenden. Ich deaktiviere hier gerade mal die ES-Lint-Regel, die ist uns an dieser Stelle egal. Und damit sind wir im Prinzip schon fertig. Und das Coole ist jetzt eben, wir bekommen jetzt das On-Click über die Props mit. Das On-Click ist definiert innerhalb des Component-Toggles, wenn wir da mal reingehen, als Handle-Toggle. Das heißt, wenn wir klicken auf das, was auch immer wir da definiert haben, dann wird das ganze Ding aufgemacht. Und genau dieses On-Click oder diesen On-Click-Händler legen wir jetzt abstrakt auf unser A hier drauf, indem wir einfach alle Props an A zuweisen. Wenn unser Component-Toggle jetzt eine Library wäre oder ein Plugin für React, dann wäre das letztendlich ganz wichtig zu dokumentieren. Und das wäre halt die Voraussetzung, dass unser Component-Toggle funktioniert, dass in der Trigger-Component die Props entsprechend auf das Element gelegt werden müssen, dass das ganze Ding auslösen soll. Und das, was funktioniert, das beweise ich euch, indem wir hier, die Seite hat sich neu geladen und wir sehen, das geht nach wie vor. Wenn ich hier auf Bearbeiten drücke, funktioniert die ganze Nummer. Und wenn wir uns jetzt das ganze Ding nochmal anschauen, gut, das könnte man jetzt auch als One-Liner schreiben, dann haben wir jetzt wieder eine neue Art von Komposition kennengelernt. Wir haben hier eine ganze Menge Logik uns gespart. Wir haben nur noch hier einen Component-Toggle. Dieser Component-Toggle ist wiederverwendbar. Wir können das für alles überall, wo wir so eine Art Toggle brauchen, wiederverwenden. Wir müssen uns nicht mehr um die Logik kümmern, wann war es offen, wann war es geschlossen ist. Und trotzdem müssen wir die Ingredient-List und das Recipe-Form nicht irgendwie innerhalb des Component-Toggles definieren, sondern wir können es außerhalb definieren. Das heißt, was wir hier auch sehen ist, wir haben ja hier das Recipe, das wir bekommen. Hätten wir jetzt so einen Component-Toggle, der speziell nur für Ingredient-List und Recipe-Form zuständig ist, dann müssten wir das Recipe dort wieder injizieren. So können wir das jetzt hier auf der obersten Ebene machen. Also ähnlich komponiert wie mit Children, nur halt eben über Props. Und das ist auch, ja, sehen wir ja auch am React-Router, auch ein gängiges Pattern, um eben Komponenten viel besser wiederverwendbar zu machen und aufgrund dieser Wiederverwendbarkeit dann viel schöner und mit weniger Code große Applikationen schreiben zu können. Einen kleinen Nachteil haben wir aktuell noch und den gebe ich euch aber als Übungsaufgabe mit. Und zwar, bisher hatten wir das so, dass wenn man hier das Speichern gedrückt hat, also wenn ich hier was ändere und Speichern, dass ich das Rezept entsprechend wieder schließe. Und jetzt sehen wir, passiert hier was ganz Komisches. Das Rezept schließt sich nicht, sondern das Formular irgendwie resetet sich, aber eigentlich soll das Ding wieder geschlossen werden. Und das ist vielleicht eine Übungsaufgabe für euch. Ist natürlich in der Musterlösung auch schon vorprogrammiert. Aber vielleicht fällt euch ja ein, wie ihr es schaffen könntet, dass man hier innerhalb der OnSave-Funktion vielleicht auch eine Möglichkeit hat, wer weiß, vielleicht, indem man nicht ein Element übergibt, sondern tatsächlich eine Komponente, dass man hier Props reinbekommt, auf denen man dann, nicht hier, sondern hier an dieser Stelle, wenn man das Ganze als Komponente definiert, hier Props reinbekommt, die vielleicht eine Funktion bieten, mit der man die ganze Nummer hier zumachen kann, also indem man das entsprechend, dass das Component-Toggle auch toggeln kann. Wie gesagt, überlasse ich euch als Übungsaufgabe. Ist im Prinzip sehr ähnlich, wie hier die Trigger-Component. Vielleicht schafft ihr es ja auch, dass man beides übergeben kann, sowohl als auch. So ist es in der Musterlösung. Falls ihr nicht weiterkommt, schaut da rein. Und ja, das war es dann aber im Prinzip auch schon zur Folge Composition. Wie gesagt, Composition so, das mächtigste Werkzeug in React, um Code sauber zu halten, um es irgendwie elegant zu halten, um nicht zu viel Code schreiben zu müssen und um auch dieses Props-Trilling zu vermeiden. Ich hoffe, das ist irgendwie klar geworden. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Komponieren eurer React-Applikationen und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dann!